Bin wieder zurück. Ähm, ja. Mega viel zu tun. Muss dann doch wieder weg, der Kleine. Ähm, ja und wir gucken jetzt mal, dass wir nach Hause kommen, ohne einem Creeper oder ähnliches begegnen zu müssen. Na, zwischendurch kann ich ja nochmal ein bisschen Schäfchen töten. Was haltet ihr eigentlich von, huch, selber backt, was haltet ihr eigentlich irgendwie so Schweinefleisch, Hühner, also so Pute oder sowas? Also esst ihr sowas häufiger mal oder seid ihr eher Vegetarier oder, ja, Veganer? Ich kenne mich da zwar jetzt nicht so gut aus, nein, ich kenne mich tatsächlich überhaupt nicht damit aus. Ich weiß nur, dass die halt, warte, Vegetarier, ähm, essen glaube ich nur, also kein Fleisch und Veganer essen glaube ich nicht mehr mehr die Produkte von Tieren, oder? Also die, keine Ahnung. Ja, okay, er ruft mich wieder an. Wartet eine Sekunde. Ich nehm schon die ganze Zeit auf. Ja, schön, ich nehm hier so ein bisschen, äh, ich reg mich drüber auf die ganze Zeit. Also muss man mal ein bisschen rausschneiden, weil es ist, also so zwischendurch, als ihr weg wart, habe ich auch aufgenommen, so ist es nicht, und hab ein bisschen geplappert und so. Ne, ich habe ganz alt aufgenommen, das weiß ich auch drinnen. Na, scherz. Und scherz, und scherz. Ja, es ist doch langweilig, wenn, oder zumindest, wenn du weg bist, aber wenn wir versuchen, uns gerade wieder per Skype anzurufen, dann müsstest du ja, scheiße, theoretisch, das wegmachen. Ich weiß. Weil ich habe nämlich gestoppt und du hast auch, egal. Was hältst du eigentlich von Veganern oder Veganerinnen? Äh, also Vegetarier oder Veganer, so rum. Ich war mal ein halbes Jahr lang Veganer. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Veganer und Vegetarier? Die einen essen einfach... Äh, Vegetarier ist Gemüse, Milch, also jetzt Milch, also die isst eigentlich nur... Die essen einfach nur kein Fleisch. Und Veganer essen keine tierischen Produkte. Ha, hab ich's doch richtig. Ha, ich kann's einfach. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, deswegen wollte ich euch mal, oder dich mal fragen. Ja, ich war mal ein halbes Jahr lang Veganer. Oh, vegan. Das ist nicht so toll. Äh, es blitzt, es blitzt. Ja, da, clear. Neben mir ist nämlich gerade ein Blitz eingeschlagen, deswegen. Warum bin ich vom Server geflogen? Weil der nach einer Zeit jemanden runterschmeißt. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass wir den Server... Dass der Server stoppt, weil ihr beide nicht drauf wart. Und ich hier alleine rumfuchteln musste und habe gehofft, dass ihr wieder drauf geht. Ja, was war denn los? Warum waren denn beide weg? Weil... Kaffengamex, zähl, du doch. Ja, irgendjemand hat im Wohnzimmer geschrien und dann bin ich hingegangen. Okay. Ja. Lange Geschichte, lange Geschichte, lange Geschichte. Brauchst du auch gar nichts erzählen. Alles gut. Ich laufe auch noch... Laufe ich in die falsche Richtung, oder was? Okay. Ich laufe auch noch in die falsche Richtung, ich bin doch dumm. Wo ist... Ach da. Also ich versuche gerade nach Hause zu finden. Ja, Luca, wo bist du? Willst du das da oben? Ja. Hey, hab das Spiel verlassen. Kannst mich mal zu dir porten. Ich bin hier gerade irgendwo... ...eben nirgendwo, deswegen lohnt sich das nicht. Mach mal... Ja, slash, fly. Hallo? Na gut, das mach ich jetzt. Ja, das ist vom Server. Yes, slash. Flie. Gebt nicht. Weil du kein Atmen bist, ich hab dich rausgeschmissen. Was? Ähm, wie ich flieg jetzt mal, weil ich keinen Bock habe, der nämlich jetzt hier... Ja, hallo. Ja, Luca, wo bist du? Ach so, der ist noch raus? Ja, warte, ich bin rausgesprungen. No. Ja, warte mal kurz. Hey, ich bin bei unserem Feld. Okay, dann weiß ich jetzt, wo ich lang muss und geh wieder aus dem... Kannst du mal wieder raufkommen? Geh im Ort raus. So. Ich möchte raus... Ich habe übrigens in der Zwischenzeit ein bisschen viel Essen besorgt. Ja, ist gut. Hier ein bisschen viel irgendwas. Ganz viel Fleisch. Weil wir nichts anderes hatten. Ich fliege mal zu dir. Ich hab dich da rausgeschmissen, oder? Keine Ahnung, ich möchte fliegen. Fliegst du gleich an mir vorbei. Kann ich mal OP bekommen? Bist du? Dafür müsste ich aber... Bis? Ach so, da. ähm, dafür müsste ich aber gerade kurz aufhören, aufzunehmen und auf die Internetseite von Artemis nee, nee, brauchst du noch, brauchst nicht muss einfach nur slash, ähm warte ja warte, ich schreib's, warte ich versuch's gerade so ach, ok, dankeschön Jan, Luca, Tobias, warte auf mich warte auf mich, warte auf mich warte auf mich, warte auf mich warte auf mich solange wir nicht irgendwas da in diesem Stadion cheaten, weil wir ja gesagt haben, dass wir nichts cheaten, aber das ist wahrscheinlich eh schon passiert wo? keine Ahnung, denke ich mir zumindest wir haben noch nichts gescheatet hierbei, dann ist gut weil wenn ihr jetzt beide Creative Modus seid nö, will ich nicht ok, also ich bin jetzt bin jetzt so geflogen bin jetzt wieder da, sieht mega gut aus machst du super Jan, Luca, bitte Holz haben ja, klar, gerne ich hab auch noch Holz ich hab mehr Holz da mein Holz ist besser da mein's aus Japan da haben wir eigentlich Kohle unten? ja, haben wir, oder? ich hab zumindest mal Kohle gesehen danke Kohle 40 Kohle rein so, das krieg ich auch mal Essen oder so von euch? ich bin gerade am braten, ja ich hab nix ich habe tatsächlich ähm mehr als ein Stack voll Fleisch jo, wie viel Holz da unten liegt übrigens auch noch was ja, mein Inventor ist wohl dann schmeiß was raus ich hab nix wow oh yeah ähm hier kann jemand die Steinachse haben hier 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 okay die das andere Holz nehme ich gleich, warte, ich warte, das andere Holz nehme ich gleich, ich muss nur noch ein bisschen was verlieren an Essen also es sieht echt nicht schlecht aus, was du da baust also die Brücke sieht auch nicht schlecht aus oh ja, danke sehr hab ich gut gemacht, ne? ja, auf jeden Fall, vor allem weil du so mega viel gemacht hast ich weiß ich bin gut, ne? ja auf jeden Fall ich hab die Brücke immer noch nicht gesehen tja, du ich hab dir eben angeboten, dass du diese Brücke mal angucken kannst, aber du hast ja da gesagt, ich hab nichts, ich hab was vor ich hab was vor ich hab was vor ich hab ja auch was vor ich hab ja auch was vor ich hab ja auch was vor ich merke das einfach inzwischen gar nicht mehr, da ich diese ganzen Koordinatenzeuge anhabe oh Gott, Gott oh Gott, 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 oh, oh, oh ich hab so viel verkacktes Holz in meinem Moment ab ist er froh, dass du so viel verkacktes Holz da hast gut, ne? ja, sehr ähh, haben wir einen Vertauerungstisch? Ja, in meinem Haus, ganz oben. Ich fliege da hin. Dass ich es finde. Falschrichtung, wenn du noch rechts fliegst. Du musst über die Brücke da. Und dann immer so ein bisschen geradeaus, und dann siehst du es mal. Ja, hier ist jetzt so ein Typ wie so ein Hexenhaus. Mit Hühnchen. Ich hatte kein Hexenhaus. Ja, es ist so ein Hühnchen, wo soll ich da, Alex? Ich bin jetzt... Komm mal zurück, komm mal zurück. Du musst über die Brücke drüber fliegen, einfach immer geradeaus. Du musst in die Richtung, au, du musst in die Richtung da hinfliegen. Hier liegt's? Ja, geradeaus da. Okay, ah. I see it. Wann habt ihr Pferde hier, Asis? Ich hab, wir haben die sogar auch eins gemacht, das will ja an... Alter, seid echt nett. Ich fall' alles runter. Muss doch sein, oder? Also nicht, dass mir runterfallen, aber... Ist der Pfanne... Einseh. Ja. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss irgendwann mal nach links, oder? Komm, ich schalte jetzt auch meine Flymonos rein. Ich will nur mal gucken, wenn ich mich umstimmig muss. Immer diese Cheater. Am besten mach' ich mich jetzt irgendwie... Einmal schief da lang. Alles klar, dann setz ich mich wieder raus. Ich hasse wenigstens auf Video. Ich bin so blöd, ne? Ich hab' vergessen, mich aus dem Game-O draus zu nehmen und verzaubere. Tja. Äh, ich bin so blöd. Das kann man laut sagen. Oh, man. Ich hab' doch gerade das Wetter umgesetzt. Nein, ich hab' die Zeit auf das gestellt. Scheiße. Hui. Wetter clear, da. Welches ist meins? Hallo? Das mit der Goldrüstung. Ah, cool. Nicht das, was bei mir in der Burg steht, da sind ich nicht meins. Ne, ich pack' meins noch um. Weil das zurückkommt. Ne, das passt doch nicht langer an, hab' ich schon versucht. Ah. Fertzack. Ja, das stimmt. Das ist halt dein Pferd. Musst' dich ja aushalten. Ihr kleinen Arschlöcher. Was denn? Das war mein erster Witz in diesem ganzen Let's Play. Woher wisst ihr, dass ich dich bin? Mann. Keine Ahnung, war geraten. Ich hab' dich noch gar nicht gesehen. Ich hab' auch noch nichts gesagt. Ich hab' auch noch nichts gesagt. Äh. Was? Verdammt. Okay. Umständlich. Vielen Dank. dicke. Na, verdammt. Warte, dumm, bumm, warte, bumm, bumm, baum, bumm, bumm. Bülder, bülber, lüben, bumm. an der Bomben kommen beim Bärm wenn er aber alles in Ordnung hat sich auch erlernen was ganz ehrlich nicht sein ich komme hoch ich habe nicht so lange mit mir hier kann man theoretisch auf perfekt runter geht es nicht ich mich morgen nicht schlagen mein pferd fristig auf wasser fährt wenn es im wasser fällt dann kannst du nichts mehr mit anfangen was brauche ich denn alles er doch du kannst es daraus schieben wie kommt mein pferd hier hoch so wie das hier kommt mein pferd hier hoch wo bist du hier oben wie kommt mein pferd hier hoch in den durchgegangen bist ihr wisst ja nicht wie du da reinkommen kannst geht hier nicht doch okay das war bei mir er meinte bei mir und so hast du bitte auf danke brauche ich alles nicht doch immer schnell laufen nein irgendwie nicht schade es kommt immer aufs pferd an auch habt ihr mir so ein scheiß wert gegeben ja lucas ist auch nicht unbedingt schneller ihr klein ich sag sie wollen nicht die kleinen netten jungs ihr wisst dass die kinder zuschauen zum beispiel wir sind ja nette jungs wir alle wir sind auch alle kinder du also bei dir keine okay du bist wirklich kein kind mehr aber wenn ich kind bin was ist dann ja luke ich bin zwei monaten drei oder vier monate jünger als du also bitte na und du bist noch 15 was soll ich denn sagen ich bin 17 ich bin noch nicht so groß jetzt ich komme mit dem pferd an ist es okay ja spring mal hier drüber ich bin noch nicht so gut ich bin noch nicht einfach nur die ganze zeit was ihr da hinten macht und ich bin noch nicht so gut ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen ich bin noch nicht so gut nicht so gut pferd nein 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 ich will dir das pferd umbringen jetzt aber auf damit Vielen Dank.